– An die Waffen! Haaa! Nein! – Nicht um! – Gekriegt. – Gekriegt! – Hey, geh mal zurück mit deinen Bogenschützen! – Nein? – Doch. – Niemand hält dir aus! – Hehehehehe – Jo, genau! Wie sie einfach nicht wegrennen. – Wie sie einfach mal total immun sind gegen Angst... – Eh, Sepp, ich unterstütz dich noch ein bisschen mit meinem Sachen. wieso kann ich nicht über ehrgeleitet mit einem schocken bei Pferden ja lauf einfach durch er ist wie du darfst auch gern weiter vorgehen du stehst läuft er genau zwischen die Reihen durch Wahnsinn nicht vorgehen du es auch das letzte ist er noch gefallen hey was sollen der Scheiß ja und jetzt beschwört er da rein sehr witzig ja finde ich auch sehr witzig Mann Drecksau Toni kannst du noch ein bisschen Einheiten nach links schicken und produzieren äh jo mach ich aber ich habe jetzt gerade nichts mehr er hat das jetzt wieder gemacht ich verstehe das nicht was gemacht meine ganzen Einheiten wieder weg und meinen Helden auch noch gut der war selber schuld ich kann mich gerade schlecht unterstützen ich habe nichts supporte ich gehe auf die Festung nein er greift mich an scheiße äh mein Drache ist halt so instellbar oh oh ich habe einen Ballrock nice äh hau bei uns oben rein wo denn warte 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 so dahinten wo die Pferde stehen ja man watt 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 ja genau da da haust ihn rein dann ist er auch weg ja da kann ich noch jetzt muss ich nur unten schauen Toni du musst links schön supporten ja unten links das heißt unterstützen unterstützen tschuldigung so ja mann Ballrums raus ich gehe auch auf die Festung oh oh was ist das jo position des position des drache ja mann BAM die Festung ja steht scheiße あと auf dich die Scheiße aus das habe ich gewonnen das Oh intress ho で mit deinem aber mit deinem wir es اس So... Oh, es brennt! Feuer! Viel zu weit ist das... Feuer, Feuer! Es ist nicht zu weit, es hat das Fenster. Nix schmarrn. Das ist ihm gleich. BAM! Hahaha! Was? Saugeil! Ich schick halt meinen Balrog nach links, ja. Wo landet er? Mitten auf dem Baumeister! Hahaha! Perfekt! So geil, ey! Übrigens, ich hab jetzt meinen Drachen nach unten geschickt, ne. Und ich hab Dunkelheit gemacht, für den Fall. Wie lange hält dein Balrog noch? Ui! Wir Viertelhelder noch. Äh, Sabi, du bist... Äh, Tommi, du bist eingerannt, ne? Oh, wie der Spaß das Alpha übersteht. Siehst du schon, oder? Jaja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ich hab meinen Helden da. Ja, das heißt nicht. Oula, wer hat das scheiß Feuer gemacht? Ich weiß es nicht. Der Spasten! Ich glaub, das war ich. Ach, das war ich tatsächlich mit der Feuerbombe. Naja, weiß nicht. Äh, ich muss mit meinem Drachen weg. Ich hätte davon... Schau, jetzt ist der Balrog weg. Aber der hat's gut gebracht. Der hat's gut gebracht. Ja, ich muss bloß zurückziehen, weil ich hab... fast nichts. Naja, ne, kein Problem. Ich mach mal meine Beschwörung dabei. Das war ich. Du Arschloch. Was soll der Dreck? Das war aber kein Aufsatz. Äh, Sabi, mein Drache fliegt wieder zu dir, ne? Wieso zu mir? Du musst vorgehen. Nein, ja, damit wir noch was zerstören oben. Weil... So, du Spasti. Geht's Gott? Wir wollen ja noch was einnehmen, so. Ja, passt eigentlich. So, ey, ich... ich zinn noch mal nen Brand hier an, ne? Uh, 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 uh! Das brennt richtig. Ey, du Arsch! Da will ich jetzt hinspringen! Das macht nichts. Du dummes Sau! Feuer springt auch noch rein! Ins Feuer reinspringen! Oh, das geht! Ja, meine Feuerbombe rein. Achtung! Wutz! Ja, Mann, get... get wrecked! I am Eric! Ja, jetzt fick ich's nicht. Kilo, was. Aber weißt du, was ich asozial finde? Hm? Mich? Ja, nein. Du hast ja dieses mit, ähm, dass du Rohstoffe kriegst für die gekillten Einheiten. Jo. Ich spring auf die blöden Bixler drauf und du kriegst Rohstoff. Ja, ja, ja. Oder ich weiß nicht, wer sie gekriegt hat. Ich krieg sie, ja. Das ist übel, gell. Es geht ab. So. Du brauchst ja nicht hinterherrennen dem Baumeister, den ruhig. Hehe! Naja, es appears mehr nicht. Zeig. Oh nein. Mein Held stirbt. Lass mich allein... Oh Mannes! Für euch geht's, oder? Ich werd eventuell nicht noch... Ach! Aber ist ja so! Hehh! Also jetzt hab' ich Zeit, weil ich kann eh nichts machen... ...das kann ich meine Leute aufrüsten. Diese wird das... Aber mein Drache fliegt trotzdem noch. Von daher. Jo, komm ich nicht. Streitwagen mache ich stabil. Ist mit einem Ding weg. Zack. Ähm, Banner entwickelt da. Oh, die Statuen ist weg. Zack. Mein Drache muss ein bisschen gehalten werden gerade. Also machen wir den auch noch. Euer König! Schade, Alter! Verstauen! Uuuuh. Nein, nicht Pferde. Jetzt! Jetzt nicht mehr. Ah, Sharko ist jetzt gleich Level 10. Weil der kann sich heilen, gell? Das finde ich voll geil. Mit dem Schwestern? Ja. Mhm. Das ist cool, ja. Abs. Sehr gut. Und da wird er in kurzer Zeit noch stärker. Das finde ich übelst geil. Echt? Das ist nice. Ja, ja. Der kriegt Verstärkung. Ähm, du haben wieder Sperrfeuer. Du haust den Zwerg gerade weg, ne? Dann mach Sperrfeuer rein. Eliminierst du gerade den Zwerg, oder? Jetzt mache ich Drogo damit kaputt. Nein, machst du nicht. Ja, aber lustig. Nein, wäre nicht lustig. Ich helfe noch ein bisschen. Ich könnte jetzt auch Ballrock. Nice, hau ihn auch rein. Das muss geil sein, wenn wir gleichzeitig Ballrock können. Doppel Ballrock, hm? Ja. Soll ich machen? Nicht so. Ey, du kannst noch gar nicht Ballrock. Doch, warte, ein Rücken. Warte, ich zieh mich wieder ein bisschen zurück. Ja, ich muss meinen Drachen auch weg tun. Voll krass halt. Maaan, schon wieder gestorben. Wer denn? Mein Gorkil. Ich mag den relativ gern. Obwohl er nicht so gut ist. Hey, renn nicht weg! Sonst gehen sie wieder auf meinen Drachen. Bei euch scheint es ja wunderbar zu laufen. Mhm. Hast du gehört, Seppi? Was? Sollst du nicht wegrennen? So, ich dachte, du meinst den Tobi. Ich bin der Tobi. Nein, nein, ich mein Domi. Ja, aber jetzt kann ich Ballrock. Ich kann auch noch was Nettes. Oh nein, er hat was besporen. Oh nein, er hat was besporen. Soll ich was, was soll ich machen? Ends! Hehehe, ich bin durch den End durchgesprungen. Hehehe, Spaß! Dudes! Ja, kannst du zweimal Feuer speien oder was? Kannst zweimal. Ja, ja. Das dauert ne Weile. Feuerflug. Feuerflug ist ab nochmal, krass. Gleich ungefähr vom Avatar, den mächtigen Feuerball. Geht ab, Level? Sieben. Oder ne? Äh, sechs. Soll ich nen Ballrock wo reinmachen? Ah, weißt du was? Na, ich glaub gar nicht, oder? Jetzt reicht's. Jetzt reiß ich den Arsch auf, aber so richtig. Ja, aber reiß' mal hoch. Ich hab ne Ballrock wo rein. Reiß' mal an, wa? Und jeder weiß, ich kann Ballrock richtig gut spielen. Ah ja, zeig' ich mal. Ja, das mach' ich. Wo ist er denn? Zeig' mich auch da. Zeig' mal, ich kann richtig spielen. Zeig. Also ich hätte ja eher die beiden Gebäude da unten weggemacht. Nein. Das ist wohl was ich kann. Doch. Ja, du kannst erst noch mal einmal... ... mit der Peitsche. War ich nicht. Ja, genau. Ich geb' dir gleich. Soll denn der Scheiß eigentlich immer? Warum so vertierst du mich immer? Hallo? Da waren Einheiten, die hab' ich kaputt gemacht. Mhm. Mach' dir auch gar nichts kaputt. Mhm. Hm. Ich mach' nochmal Dunkelheit, wen stört. Wir brauch' ihn mal nicht verstärken. Perfekt. Nein, mein Drache. Nein, 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 nein. Der darf nicht sterben. Der ist wertvoll. Der war teuer. Wieso? Wie viel kostet der? Tausend. Toll. Das ist der teuerste von dem Haus. Ach, der hat ja... Diese Drecksau. Nein, der hat... Jo, jetzt hilf mir mal, der ist fast weg. Ja, ja. Moment, ich muss ja noch allein. Zack, easy man. Mit einem Ballrock. Direkt weg. Ja, bei meiner Vorarbeit. Ja. Ich mach' Erderschütterer, die Pferde fliegen durch die Luft und ich schieße sie währenddessen ab. Das schaut schon geil aus. Wie sie dann in die Luft schießen und die kaputt machen. Mhm. Wieso? Wer hat mein Baumeister kaputt gemacht? Nee, ich nicht. Ich? Nicht! Easy, ja, nee. Ja, mein Ballrock ist wieder weg. Ja, so lange halt dann auch nicht. Das wäre aber auch pervers, wenn man richtig lang halten würde. Hier, her... Total falsch gesetzt. Total daneben. Ja, aber hallo. Aber komplett. Kompleto. Kompleto. Level 8. Level 8, Level 10, Level 9, Level 8. Oh, nein, das darf nicht passieren. Nicht auf meinem Ball. Äh, auf meinem... Nein, das ist ja wahrscheinlich weg. Flieg, 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 flieg. Flieg, 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 flieg. Schneller. Uh, nice. Ich kann hier nicht mal... Sag, jetzt kann ich hier nicht sauer mal machen. Sau mal abdala. Ne, genau. Wir können von unten auch aus auch mal angreifen, Domi. Das tue ich doch grad, du Affe. Ich komm nicht durch, oder wie? Ne, ich fang jetzt grad an, weil das hat ne Weile gedauert, bis ich da meine Einheiten auch wieder nachgestellt hab. Von wem... Hat jetzt ernsthaft seine... Machen die Pferde, die von den Elben kommen, auch Schaden oder nicht an den Einheiten? Wie? Ja, natürlich. Weil er hat die grad gemacht bei mir. Ja, natürlich. Aber ich hab... Ich hab fast nix verloren. Ist ja ungewöhnlich. Die machen schon ziemlich viele Schaden. Toll, jetzt hat mein Gorba kaputt gemacht. Ey, seine Festung ist auch weg vom Elben. Ich glaub, das Match ging relativ schnell. Oh! Na, das ging. Das hatte ich am Anfang schon ganz schön gezogen. Ja. Ja. Du warst da nie in Gefahr hier. So ist es. Ja, so ist es. Ja, so ist es. So ist es halt mal, ne? Soll, Sau, Mann, ist da und es ist fast fertig, das Match. Ich darf auch noch mal an der Legung nicht bleiben. Alter, wie wenig Fähigkeit der Todi hat. Ach, halt. Guck dir so an. Ja, tu ich doch grad. Guck's dir noch mal an? Jui, Jui. So, der letzte. Kommt schon noch, Digga. Warte. Ich hab hier viel kaputt gemacht. Hey, wir sind gleich fertig. Ja, klar. Von wegen kommt noch. Das kommt schon noch 5 Sekunden später. Klamon. Naja, war cool. Bei der Betz. Hat genaugt, oder? Wie der Babazda. Wenigstens hab ich 20.000 Rohstoff, Alter. Ich hab euch alle genannt. Das war richtig sauber, also. Ja. Ich hab meine ja auch benutzt. Schau, wie viel haben wir denn gekillt? Ich hab sie auch gebraucht. Ich hab die meisten Einheiten wieder. Ein paar hab ich schon. Ja, ich würd sagen, das waren insgesamt so 3.000. Nee. 3.000? Zu? 100. 300. 500. 600. Guck, ich allein hab schon mehr gekillt als die vier anderen zusammen. Wieso? Wie viel Rohstoff hab ich denn bekommen? Hä? Achso, die vier anderen zusammen. Äh, Moment. Das gesammelt... Doppelt so viel wie... Jeder von uns hat 500 verloren. Also kannst du mit deinen 800 nicht mehr verloren... äh, gekillt haben. Schau mal, wie viel die gekillt haben. Achso. Nee, nee. Hab mir schon geguckt. Ich hab fast... Ich hab fast genauso viel wie ihr zu zusammen an Rohstoffen bekommen. Ja. Ja, schon mal komplett gesammelt. Achso. Gut. Dann würd ich sagen, sind wir zum nächsten Part wieder. Wenn's wieder heißt... Schlacht mit Let's Ride. Bis denn, tschüss! Jo, haut da rein.